Da staunen die Fans nicht schlecht. Plötzlich sind alte Fotos von Helene Fischer aufgetaucht, die bisher niemand kannte. Und als wäre das noch nicht aufregend genug, packt auch noch eine alte Mitschülerin aus. Als Person des öffentlichen Lebens lässt es sich wohl nicht vermeiden, dass alte Bekanntschaften das ein oder andere Geheimnis ausplaudern. Diese Erfahrung muss nun auch Helene Fischer, 40, machen. Eine alte Mitschülerin der heutigen Schlager-Queen hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und dabei ist auch das ein oder andere Foto aus Teenie-Tagen aufgetaucht. Helene war erst später ein Hingucker. Helene war ein sehr nettes, immer hilfsbereites Mädchen. Was wir besonders an ihr geschätzt haben, sie hat sich aus allen Intrigen herausgehalten. Wenn andere gelästert haben oder etwas ausheckten, machte Helene da nicht mit, erzählt die ehemalige Mitschülerin im Gespräch mit Bild. Im Sportunterricht war es mit ihr besonders witzig. Sie war eine hervorragende Tänzerin, hat immer Choreografien von Britney Spears getanzt, die wir dann nachgemacht haben. Damals soll Helene noch ein wenig unscheinbar gewesen sein. Helene war erst später ein Hingucker. Bis zur achten Klasse war sie etwas pummelig. Doch gestört hat es sie nie wirklich, berichtet sie weiter. Keiner hat gelästert, so konnte sie gut damit leben. Sie hat dann mehr Sport gemacht und wurde die paar Kilos schnell wieder los. Was Helene wohl zu den Enthüllungen ihrer damaligen Mitschülerin zu sagen hat? Passend zu den Geschichten aus alten Tagen wurden nämlich auch Teenie-Fotos von ihr veröffentlicht. Unter anderem in den Armen ihrer Jugendliebe Stefan.